Simon ist Betreiber von mehreren Gemeinschaftsbüros, also einer Shared-Office-Lösung, die auf verschiedene Standorte verteilt, Büros und Meetingräumlichkeiten anbietet. Das freut seine Kunden, bereitet Simon aber Kopfzerbrechen. Denn so flexibel wie sein Angebot ist sein Zutrittssystem leider nicht. Ständig muss er Schlüssel verteilen und einsammeln, verlorengegangene Schlüssel nachmachen, irgendwie den Überblick bewahren und, im Worst Case, die gesamten Schlösser austauschen, um die Sicherheit wiederherzustellen. Simon denkt sich, wäre es nicht genial, wenn ich meinen Kunden einfach per Knopfdruck Zugang zu meinen Shared-Offices geben könnte? Nun Simon, genau hierfür haben wir von EFA das flexible elektronische Schließsystem Airkey entwickelt. Airkey macht ihr Handy zum Schlüssel. Einfach die Airkey-App installieren, Handy an den Airkey-Schließzylinder halten und schon macht's Klick. Wer, wo und für welchen Zeitraum welche Zutrittsberechtigung hat, wird über die Airkey Online-Verwaltung bestimmt. Einfach, flexibel und absolut sicher. Simon muss für Airkey zwar einmalig ein paar neue Schließzylinder installieren, behält aber den Überblick und spart sich so vom ersten Tag an viel Zeit, Kosten und Ärger. Das macht Airkey nicht nur für Simon, sondern für alle, die flexiblen Zugang benötigen, zur perfekten Lösung. Die Installation des Systems ist einfach. Die hochwertigen Airkey-Schließzylinder sind auch für Außentüren entwickelt und lassen sich schnell und einfach einbauen. Umbauten oder Bohrungen sind nicht notwendig. Die Konfiguration des Systems geschieht mit wenigen Klicks. Da die Airkey Online-Verwaltung webbasiert ist, ist keine Softwareinstallation beim Kunden notwendig. Und wie sieht es mit den Kosten aus? Egal ob eine oder 100 Türen, dank der einzigartigen Key-Credits ist Airkey sowohl für kleine als auch für große Kunden einsetzbar. Neben den Errichtungskosten fallen nur Gebühren für Änderungen der Berechtigungen an, die mit Key-Credits bezahlt werden können. Hierfür sind maßgeschneidert für die Anlagennutzung Key-Credits 10, 50, 100 und Key-Credits Unlimited verfügbar. Zutrittsberechtigungen zu entziehen ist kostenlos. Und was ist, wenn auch Personen ohne Handy Zutritt erhalten sollen? Kein Problem, denn die Airkey-Zylinder lassen sich auch mit Key-Cards öffnen. Entwickelt wurde Airkey von EFA. Seit fast 100 Jahren steht das Wiener Familienunternehmen für innovative und sichere Schließsysteme und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Sicherheitsbranche. Setzen Sie auf die Zukunft der elektronischen Schließsysteme und machen Sie mit Airkey Ihr Handy zum elektronischen Schlüssel. Informieren Sie sich bei Ihrem EFA-Händler oder auf www.efa.com.